Endlich, endlich nach... Ich weiß gar nicht wie lange ich hier gespielt habe, aber ich würde zwei Wochen bestimmt sagen. Ist mal wieder Zeit für Bioshock. Wieder ein bisschen Platz auf der Festplatte. Und ja, wir sind hier mal auf den Olympischen Höhen. Und ich sehe, dass es munitionstechnisch ganz, ganz, ganz furchtbar büßt aussieht. Wie viel Geld haben wir denn? 123 Dollar haben bloß, da machen wir auch nicht viel mit. Tja, dann können wir mal mit der Pistole anfangen. Atlas sieht zu. Wir wissen doch genau wer Atlas ist. Und jetzt hast du mit Tenenbaum gehalten, oder? Und jetzt? Sie ist ein normaler Mother Goose. Okay, Spaß ist Spaß, Junge. Aber jetzt... Go get stepped on by a big daddy, would you kindly? Hehehehe. Huh? I says, would you kindly go get stepped on by a big daddy? Hehehehe. Hehehehe. Nö, soll ich Ihnen. Funktioniert ja nicht mehr, da. Oh... Sieht so, dass Mother Goose... Sieht so, dass du mit deinem Ecksalad spielst. Aber wenn du nicht anspannst zu dieser Tune, ich habe andere... ...Code Yellow. Das ist nicht gut. Ja. Ich habe gerade gesagt, dein Gehirn zu sagen, dein Herz zu stoppen. Ähh... Nicht direkt auf der Bette, mind you. Die Herz ist ein stöpfernes Mussel. Das ist nicht so stöpfer. Ähh, das ist doch nicht anders. Ich könnte auch mal wieder was sein. Wenn du frei von Fontaine's Kontrolle, dann kannst du deine Revenge haben. Und wir können meine kleinen Ecken aus Ihrer schuldigen Hand halten. Da ist aber so viel schön Adam für eine Süddeutschsteigerung ausgegeben. Und dann... Dann dauert es dann aber wieder weg. Hier haben wir so einen... Gatecrank... Ja, das müssen wir da drüben offenbar einsetzen. Dann wird der Tor daraus jetzt... Wir brauchen wirklich Trink-Munition. Dann drüber natürlich immer hoch. Auf die, auf die, auf die, auf die... Auf die, auf die, auf die, auf die... Und dann... Sollte reichen, oder? Ja. Oh. Oh. Was? Sollte reichen, oder? Schön am Besieger. Ach Kinder, nur gib doch einmal Ruhe. Habt meine Nieser in Frieden. Da unten sind sie. Oh, die Musik ist gar zu schön. Ich möchte da jetzt noch nicht... Da kann doch nicht ewig der Musik zuhören. Müssen wir das hinkriegen? Ja, was halten die denn wieder aus hier, ey? Was halten die denn wieder aus hier, ey? Wie viel fressen die denn? So. So, eine Verschwindung. Ich muss jetzt wirklich mit Patzenabrechner, mit Patzenabrechner Position schießen, das geht ja nicht anders. Kann man sonst nichts mehr im Rohr. So, da unten... Den müssen wir auch noch durchsuchen. Die haben noch das Wasser dabei. Da sind die hier im Wohnwagen. Becken. Ach, wir haben aber drei Autowächs. Das fängt mal super schön an. Das ist da drin. Elektroschrot Napalm. Mal. Wo können wir alles mitnehmen? Ein bisschen auf die Elektroschrot. Das wäre toll. Schornkoffer. Gehe ich irgendwie genugt? Ach so. Ach so. Ich hab's ja verwechselt. C ist ja dumm. Okay. Und zwei Granaten kriegen wir noch. Wie viele Big Teddies haben wir hier? Und zwei. Okay. Granaten-Map habe ich da gerade noch geguckt. Der sieht ganz okay aus. Und ich bin dafür, dass wir mal... Wir haben hier mal ein bisschen alle. Deswegen ist da ordentlich Schuss drin. Aber bisher quasi nie benutzt. Ja, ich freu mich mit hier irgendwie wieder Majoshock spielen zu können. Aber... Ist halt manchmal mit... Mit dem Testbandenspeicher nicht so einfach. Denn so eine Sitzung hat ja auch... Die ist ja mal gerne so 80, 90 GB groß. Und da machst du ein paar davon. Du musst aber erstmal das Auslandsmaterial da loslernen. Das Rohmaterial. Das Rohmaterial. Äh! So. 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 Im den riesigen olympischen Höhen sieht man es aber auch nicht gerade aus. Auslandsmaterial. Aber sonst geht auch so ein bisschen. Äh! 14 Maschinen wäre ja cool! Dann sagen wir mal wieder 19-Schuss drin. Dann machen wir erstmal die nochmal her. Und da ist ein Gardero as Garden. Die können ich eigentlich gleich mal benutzen. Äh, Mist! Ich hätte es doch vorher wissen müssen. Ja, äh, schon wieder. Dieser blöde Schwanzmutter! Hallo Mutti! Wo wollen die wir hin? Ja, von der Gamer ist mir vorbei. Oh, Mist kann ich nicht. Ach nein, ach nein, ach nein, ach nein, ach nein. Wo ist die Kamera? Ach, der ganze Härger wieder voll vorne, der Briesen. Die löschen sich auch. Ein Celeray bringt im Wasser natürlich sehr viel. Ja, ja, habe ich jetzt vergessen. Äh, so. Wo ist die Kamera? Die müssen wir eben loswerden und dann können wir den Bec-Ten-Iber eben fertig machen. Wollt, wir brauchen jetzt die Hilfe, das ist ein bisschen drauf. Das muss ich wieder ausleihen. Die Mitbeide-Mintergrund ist sehr schön. Aber ich wüsste trotzdem gerne, wo sich jetzt die Kamera verweckt. Äh, wie ist die Kamera? 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 Die Kamera? Die Kamera? Die Kamera? Da ist der Big Daddy? Na ja, danke. Erstmal. Hier lang. Da liegt ein Donbant. Der Mozart der Genetik. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, Fontein's Dagger. Wenn sie spricht, das ist fast wie ein Leben, sie ist dick und grattig. Sie ist schrecklich. Sie ist schrecklich, und sie scheint zu sein, und sie scheint zu sein. Das ist ein Jumper, Tag nach Tag. Aber ich habe es zu sagen, Frank. Tenenbaum ist die alten Zeitung in der Raff. No formal training, no experience, aber sie hat sie in fronte in der Gene Sequenz und sie ist Mozart, in der Hauptschicht. Oh Gott. So. Wenn du diesen Chemo werfen, fragen wir ob es hier ein Bild zu selten benutzt. Ich gucke mal eben, was ich vorhin Munition leisten kann. Viel wird doch nicht sein. Wie geht's hauptsächlich? Warum schon? Die haben wir ja gerne. Wie geht's hauptsächlich? Warum schon? Die haben wir ja gerne. Äh. Toll. Die können wir ja auch mal ausprobieren. Das tun wir mal. So, jetzt ist die Frage, gehen wir erst zum Wader. Wir müssen erst mal gucken. Das haben wir in den Geek-Eckman haben. Genese. Genera-Rage. Genera-Rage. Genera-Transpect-Deli. Und Winter-Barth-2. Okay. Ich erinnere mich, wir haben ja schon das Maximum an Slots. Äh, so und das... Äh... Ach, der wollte sich gerade weg. Okay, dann den können wir jetzt aus dem Licht ran, dann gucken wir mal wieder Gene Hack beim Bank. Oder 460 Edda, machen wir ja. Der hat's gewollte Baublock gebrauchen. Wir können das eben mit den... Machen wir das mal mit den, äh... Health Upgrades, äh... Mal, da beziehungsweise die Brinkschläge durch Fontaine. Achso, ich wollte es eigentlich 2 machen, aber geht nicht, okay. Da brauchen wir ein Kampf-Tolikum. Da war auch schon alles, okay. Äh, hier das, äh... Elektro-Bowl 3 oder Winterblast 3. Das, was ich mal am Bleiben habe, da habe ich eben das Gefühl, dass wir das WUSU irgendwo in, äh... in einem... Kelch irgendwo finden. Das ist dieser Stromfalle, da ist ein Glowenschapel, das muss ich auch mal sein. Elektro-Flash. Das ist nicht schlecht. Für 20 Euro ohne Schnäppchen. Achso, ja... Äh... Mh... Dann machen wir das mal... statt Fotografer-Sei. Vertical-Expension. Das haben wir sowieso alles nicht benutzt. Na gut. Okay. Dann haben wir... Einiges an Adam verloren, aber auch ein bisschen... an schönen Fähigkeiten gewonnen, denke ich mal. So, da kommt Fatty um die Ecke. Äh... Ne. Äh... Die hier. Das würde mich jetzt interessieren, ob der inzwischen seine kleine wieder dabei hat, aber offenbar nicht. Aber wir warten mal einen Moment auf ihn. Vielleicht holt er sich einer raus. Uuuhh! Oh, du musst das verarscht mich doch nicht. Aus Emdenhausen kommst du verarscht. Das ist eine große Investition. Dann kannst du weg von einem langen Garten wie das. So, gut. Und der Garten ist zwei Minuten geschlafen. Jetzt lass dich doch mal in Ruhe. So, jetzt hat er einer dabei. Und wir haben ja beschlossen, wir retten alle. Verliebt den Rhythmus auch wies. Warten noch. Du Scheiße. So. Elite Roses. Mhm. Können wir die irgendwie fotografieren? Jo. Kriegen wir dafür? B. Naja. Ich habe keine Little Sister fotografiert, du Experte. Ja, bitte. So, nochmal. Ach, ich bin doch im Arsch. Mabel kannst du mal aus dem Bild gehen. So, jetzt alles. Jetzt geht's. So. Bei unseren letzten Erlebnissen haben wir ja beschlossen, wir retten jetzt alle Mädchen. Nein! 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 Bitte, bitte. 80, Alter, müssen wir sagen. Und ich mal ein Geschenk. Danke. Danke. Sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Na, dann gehen wir wieder ab in. Äh, wieviel Galaten haben wir da jetzt noch? 3, 2, 2, 2, oder? Boah. Das reicht noch für den zweiten auf jeden Fall. Melkuri-Suite. Melkuri-Suite. Gut, da geht's die. Tarita! Wo ist einer denn? Das war jetzt ärgerlich gerade. Da hole ich mir gerade mein Gesundheits-Upgrade zurück und dann... ...haut er das auf dem letzten Mal wieder auf unsere Schnauze raus. Was ist das denn? Wat? Boah. Wer ist tot? Was ist diese Selbstschutz-Upgrade ich vermutet, oder? Nee. Alter, ich sehe überhaupt nichts. Rückzug! Rückzug! Kontrollierter Rückzug! Rückzug in eine andere Richtung. Na, Jungechen! Komma rein hier! Renni! Renni Mutigi! So! Oh, ist das für eine? Wahrscheinlich, das ist das für eine Schlange! Jetzt hat sie ein Steck. Ich bin jetzt hier! Sie müssen halt das nicht mehr so hin. Es ist einfach so weit. monströsisch. Ich bin jetzt nicht mehr so weit. Ich bin jetzt ein Geist. Ich bin jetzt nicht mehr so weit. Ich bin jetzt nicht mehr so weit. Deine Geist. Nein, ich bin jetzt nicht mehr so weit. Nicht mehr so weit. Deine Geist. Da war es weit. Alter, wie viel fressen die hier? Ich bin so unfassbar blöd. Ich bin so unfassbar blöd. Ich bin so unfassbar. Ich bin so unfassbar. Ich bin so unfassbar. Ich bin so unfassbar blöd. 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 Ich hoffe, dass ich das fence nähn zu från. Auch Ihre blessed Kilometer. Noch einige zusätzliche Bibliotheote, der ist doch unbärlich. Ich würde nur noch einfacher blöd oder andere. Alles k spoke Sunday in junglaida. Äh, ja, okay. Äh, ein Hacktool. Gebraucher gebrauchen. Oh, geil, dann machen wir mal die... passt ruhige Position voll. Ach, schade. Na, jetzt hätte ich gerne auch noch den Explosivstrot gemacht, aber... Wer hätte nichts verhindert. Das ist auch wieder ein Turbikum, da wissen wir ja nicht, warum wir das hin tun sollen. Hier ist die Leute frei. Also, das war dann bald. Naja, gut, dann sehen wir hier mal noch ein bisschen in der Gegend. Alter, die Schnauze drin. Der war gerade nur der Selbstschlussanlage, wo es nicht geblieben ist. Naja, was soll's. Ach, und ein Bogen. Ach, den wollen wir ausprobieren. Richtig, ich erinnere mich. Na, tun wir das jetzt auch mal. Sehen wir jetzt noch mal drinnen können wir hier rein. Ach, den wollen wir nicht. Na, gehen wir mal weiter nach oben. Ich hoffe, wie andere alles so gesucht. Ich hoffe, wie eine Kvacierksehrerin. Okay. Ich hoffe, wie eine Kvacierksehrerin.